2024 wird super. Ach echt? Hast du für Frieden auf der Welt gesorgt? Nee. Die Hungersnot beendet? Besser. Bei Germany's Next Topmodel sind jetzt auch Männer am Start. Ich fass es nicht. Du wolltest die Menschen jetzt kümmerlich auch um sie. Ich hab ihnen doch den freien Willen gegeben. Und was hat's gebracht? Naja, für mehr als die Hälfte der Menschheit stehen 2024 immerhin Wahlen an. Aber wenn sie die Wahl haben, heißt das ja noch lange nicht, dass sie die Wahl haben. Hä? Na, in Russland haben sie dieses Jahr im März die Wahl zwischen Putin, Putin und Straflager. Aber es ist doch nicht alles schlecht da unten. Guck mal, im Sommer in Paris die Olympischen Spiele, die Fußball-EM. Die Deutschen werden so gute Gastgeber sein. Weil sie alles so gut organisieren. Nee, weil sie doch immer die anderen gewinnen lassen. Apropos Verlierer. Ich freu mich auf die 17. Runde vom Dschungelcamp. Das Dschungelcamp. Menschen, die um Essen kämpfen und sich das Leben gegenseitig zur Hölle machen. Wer denkt sich sowas nur aus? Ich. Aber ich hab's einfach Welt genannt. Und diese Welt versinkt gerade im Chaos. Versinken ist ein gutes Stichwort. Ich arbeite gerade an einer neuen Sintflut und die erste Testphase läuft bereits in Deutschland. Du kannst doch nicht die ganze Spezies auslöschen. Bei den Dinos hat's doch auch keinen gestört. Da fall ich echt vom Glauben ab. Nein, nicht! Oh-oh.